Manchmal sieht ein Mensch, den wir lieben, ohne dass er dafür kann, nicht viel weiter als seine Nase reicht. Vielleicht ist er kurzsichtig. Ja, dabei sind's oft die kleinen Dinge, auf die es ankommt. Ach, sieh mal, die schöne Kirche. Vati kommt jeden Morgen an dieser Kirche vorbei. Wirklich schon früh zu den Stufen St. Pauls Die uralte Vogelfrau kommt Und sie ruft jedem zu, der vorbeigeht, voll stolz. Komm, tu auch du, warst ihr fromm Mut. Füte die Vögelchen, sie haben's schwer. Tüten zwei Penny das Stück. Die Jungen sind hungrig, sie frieren so sehr. Du kaufst dir für zwei Penny Glück. Kommt und kauft, lauft nicht vorbei. Futter, Futter, zwei Penny nur. Während sie ihre Ware anpreist, Zwitschermt ein Vogelschwamm sie umkreist. Und herab auf den Domplatz schauen ernst die Apostel Auf das, was dort unten geschieht. Du kannst es nicht sehen, du fühlst nur sie lächeln, Wenn einer die Geldwörse zieht. Was sie ruft, ist leicht zu verstehen. Hört doch, hört doch, ihr sollt zu ihr gehen. Kinder kauft, lauft nicht vorbei. Futter, Futter, zwei Penny nur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was sie ruft, ist leicht zu verstehen. Hört doch, hört doch, ihr sollt zu mir gehen. Wenn Kinder kauft, lauft nicht vorbei. Futter, Futter, zwei Penny nur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017